Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ich freue mich zunächst, dass das Thema bundesweit einheitliche Übertragungsnetzengelte diesen Landtag im Rahmen eines jetzt ja interfraktionellen Antrages erneut und breit betragen beschäftigt. Wir reden ja nicht zum ersten Mal darüber. Und ich will die Gelegenheit nutzen, vielleicht im Anschluss an Frau Dr. Schwenke über den aktuellen Stand in Sachen Netzentgelt zu informieren und nochmal an die Historie zu erinnern, denn wie Sie wissen, vertritt unser Land seit Jahren an der Stelle relativ konsequent und in diesem Hohen Hause, glaube ich, auch weitgehend einheitlich das Ziel, die Kosten für den Netzausbau gerecht auf die ganze Republik zu verteilen. Die Frage, wer eigentlich die Ursprungsidee hatte, fände ich spannend. Das ist, glaube ich, die Frage von Henne und Ei. Da gäbe es diesen oder jenen, der noch andere Gedanken einstreuen wollte, aber über Urheberschaften zu streiten, fünf, sieben, neun Jahre nach dem Entstehen, schalten wir müßig. Natürlich, wir können auf jeden Fall gemeinsam, und das ist die Schwierigkeit, wenn Sie für Energiewende positiv werben wollen, den Menschen in unserem Land nur schwer erklären, dass die Menschen in jenen Bundesländern, die den Ausbau der erneuerbaren Energien und somit die Energiewende schultern, Gesundheit, dafür auch noch den überwiegenden Teil der Kosten tragen. Wir produzieren hier bei uns einen großen Teil des sauberen Stroms, den wir dann in die gesamte Republik exportieren und der dort dringend gebraucht wird. Ohne den kämen die Kolleginnen und Kollegen nicht zu Rande. Und Stromkunden hierzulande müssen dann teilweise deutlich höhere Netzentgelte leisten als zum Beispiel die Kunden im Süden und im Westen Deutschlands. Diese Differenz, um das auch deutlich zu sagen, sind im Übrigen nicht nur Ost-West-Konflikte oder Nord-Süd-Fragen, sondern die ziehen sich auch hier im Bundesland als Stadt-Land-Gefälle quer durch unsere Mitte. Wenn Sie die einschlägigen Karten und Grafiken dazu ansehen, werden Sie in den Städten unseres Landes mit ihren Stadtwerken in der Regel deutlich geringere Netzentgelte finden als im ländlichen Raum. Dies resultiert vor allem aus dem Umstand, dass erneuerbare Energien vornehmlich dezentral in der Fläche erzeugt werden. Und dies bedeutet insbesondere, dass erneuerbare Energien gerade auch im ländlichen Raum erzeugt werden, in dem keine Stadtwerke vorhanden sind. Wir haben deshalb an manchen Stellen erhebliche Herausforderungen im Netzausbau zu leisten. Kleine Gemeinden, die wir bisher mal ein bisschen zugespitzt formuliert mit einem Klingeldraht mit Strom verseucht haben, erzeugen jetzt vor ihrer Haustür riesige Mengen an Energie, die sie selbst nicht brauchen, die dann abgeholt werden müssen und dafür deutlich verstärkte Stromnetze brauchen, um sie in die großen Lastzentren nicht nur dieses Landes, sondern nach Berlin, nach Hamburg und zum Teil in die Mitte und in den Süden Deutschlands zu transportieren. Wenn wir diese Netzausbaukosten dann alleine im regionalen Umkreis auf die Netzentgelte aufteilen, können Sie das vor Ort natürlich keinem erklären. Berechteterweise ist das kritisiert worden. Wir fordern deshalb als Landesregierung, aber auch in diesem Hohen Hause seit vielen Jahren nachdrücklich die bundesweit einheitliche Wälzung der Netzentgelte. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Vorständigkeit gehört dann auch der kleine, aber erhebliche Haken der Demokratie dazu. Sie brauchen Mehrheiten. Eine solche Entscheidung treffen wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht allein. Und auf Bundesebene ist für entsprechende Gesetzesänderungen dann eine Mehrheit zunächst im Bundestag, nicht nur der Bundesregierung, sondern im Bundestag und dann auch im Bundesrat erforderlich. Und da prallen dann, das muss man auch deutlich formulieren, unterschiedliche Interessen und Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Bundesländer vornehmlich im Norden und im Osten der Republik, im Übrigen zunehmend auch Bayern, die den Ausbau der erneuerbaren Energien zum Nutzen der ganzen Republik vorantreiben, aber bei den Kosten sich alleingelassen fühlen. Und Sie haben auf der anderen Seite die Bundesländer, die das Ziel Energiewende fleißig mit unterzeichnet haben, die gern den andernorts erzeugten, sauberen Strom nutzen wollen, die von den historisch niedrigen Preisen an der deutschen Strombörse in Leipzig mit ihren großen Unternehmen im Übrigen durchaus profitieren, aber die die Kosten für den damit notwendig verbundenen Netzausbau gern außerhalb der eigenen Landesgrenzen belassen möchten. Wir kämpfen seit Jahren Schulter an Schulter mit Thüringen, mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen für die gerechte Verteilung der Kosten der Energiewende auf alle Länder und haben in den letzten anderthalb Jahren im Übrigen als zuverlässigen Mitstreiter Bayern an unsere Seite bekommen. Neben der bundeseinheitlichen Verteilung der Netzentgelte, und darauf haben Sie hingewiesen, fordern wir aber auch seit Langem die Abschaffung dieser vermiedenen Nutzungsentgelte für volatile Einspeiser. Vermiedene Netzentgelte ist etwas, was Sie eigentlich keinen Normalverbraucher erklären können. Ich übersetze es mal wie feucht. Die Idee ist, da wo dezentral Strom erzeugt wird, brauche ich keine großen Stromnetze mehr, weil kein Strom mehr hin muss, keiner mehr weg muss. Also spare ich mir Geld im Netzausbau und das wiederum wird dem, der die Windkraftanlage, der die Solaranlage, die Biogasanlage hat, zusätzlich in die Hand gedrückt und wird dann wiederum über die Netzentgelte umgelegt. Der Bund hat diese Punkte erstmals in seinem Weißbuch zum Strommarkt vor ca. 2, 2,5 Jahren aufgegriffen. Da wurde dann auch aufgenommen, dass erstens die Familien der Netzentgelte abgebaut werden und zweitens die Übertragungsnetzentgelte künftig bundesweit zu wählen sind. Wie Sie sehen, hat es dann im Folgenden jedoch Veränderungen gegeben. Wir haben vor allen Dingen immer wieder gegen Mehrheiten nochmal im Bundestag und Bundesrat angekämpft, die aus anderen Teilen Deutschlands kommen und die aus ihrer Sicht sagen, wenn entsprechend geändert wird, wird das bei uns zu geringfügig höheren Kosten führen. Ich werbe immer dafür, dass das, was bei uns an Riesenabschmelzungen passierte, bei denen zu ganz geringfügigen Zuwächsen kommt, wenn Sie nämlich 1,6 Millionen Menschen weniger zahlen lassen und 18 Millionen Nordrhein-Westfalen diese Summe gegenfinanzieren, dann wissen Sie, dass bei denen jeweils pro Person ein Bruchteil dessen ankommt, was bei uns als Entlastung da ist, sodass die Mehrbelastungen eigentlich sehr überschaubar sind. Wir haben gleich wohl erlebt, dass das ein stetiger politischer Prozess ist. Wir haben es über mehrere Gesetzgebungsverfahren, vor allen Dingen in EEG-Novellen immer wieder versucht und auch zum Teil erfolgreich in Bundesratsanträgen, gemeinsam, zumindest mit Mehrheiten festgestellt, als Punkte auf die Agenda gehoben, letztmalig im Jahr 2016 in der EEG-Novelle. Es ist dann ausdrücklich versprochen worden, dass man ein ausdrückliches, gesondertes Änderungsgesetz machen wird, in dem die vermiedenden Netzentgelte angegangen werden und zusätzlich in dem angegangen wird die bundesweite Übertragungsnetzentgeltwälzung. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung hat sich beides zunächst auch gefunden. Wir wissen, dass erneut massiver Widerstand, vor allen Dingen im Bundestag signalisiert worden ist, aus den Ländern, die sich benachteiligt sehen, wenn eine solche Änderung erfolgt, sodass der letztlich im Bundeskabinett beschlossene Entwurf leider nicht mehr die bundesweite Übertragungsnetzentgeltwälzung vorsieht. Wir haben im Bundesrat in den Ausschüssen allerdings weiterhin dafür geworben, es gibt entsprechende Ausschussdrucksachen, die genau das als Anregung an die Bundesregierung und an den Bundestag vorsehen, zusätzlich vorzusehen. Ich wäre dankbar, wenn wir am Freitag im Bundesrat diese Beschlüsse zunächst fassen lassen. Schauen, welche Wirkungen das dann im Bundestagsverfahren nach sich zieht. Ich will deutlich festhalten, die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte ist weiterhin vorgesehen, mit einem kleinen, aber erheblichen Wehmutstropfen. Erstens, der Zeitplan ist weiter weg, als wir gehofft hatten. Und zweitens, es sollen auch die KWK-Anlagen der Stadtwerke mit beinhaltet werden. Uns würden, und auch das ist uns ein Anliegen, reichen, wenn man Windkraft und Solarstrom rausnehme aus den vermiedenen Netzentgelten, weil sie an der Stelle mit der Begründung, man würde ja Stromausbau, Netzausbaukosten sparen, natürlich keinem kommen können. Denn in den Tagen, wo die Sonne nicht scheint und der Wind schwächer ist, brauchen sie Netze, um Strom zu holen. Und wenn er stark ist, brauchen sie Netze, um den Strom, der in andere Regionen Deutschlands soll, abzutransportieren. Ich spare also für die volatilen Einspeiser eben keinen Netzausbau. Deswegen sind da die vermiedenen Netzentgelte schon unsystematisch und deshalb möglichst zeitnah abzuschaffen. Aber wir müssen aufpassen, dass dabei nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und die Stadtwerke mit ihren kontinuierlich produzierenden, dezentralen KWK-Anlagen unter die Räder kommen. Der zweite Punkt, nochmal, wird am Freitag Thema sein. Ich bin immer noch voller Hoffnung, dass am Ende die bundesweite Übertragungsnetzentgeltwälzung in den kommenden Monaten mit etwas mehr Ruhe zu diskutieren geht und man vielleicht auch nochmal in den Bundesländern, die sich nachteilig betroffen fühlen, prüft, was möglicherweise mit Stufenplänen in den politischen Kompromissen möglich ist. Zurzeit diskutieren wir leider ein An oder Aus. Sofort wälzen oder gar nicht wälzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was größere Bundesländer im Westen formulieren, wenn du es sofort einschaltest, werden bei ihnen eine Menge Unternehmen mit ihren Kalkulationen in Schwierigkeiten geraten, weil das Verhältnis 1,6 Millionen zu 18 Millionen ein eher übertriebener Vergleich ist. Es gibt natürlich sehr große Unternehmen, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, wenn ich bei denen komplett entsprechende Veränderungen vornehme, dann sind das sechsstellige Mehrbelastungen pro Jahr, die Schwierigkeiten bereiten. Ich glaube deshalb, dass man auch nochmal im politischen Hintergrundgespräch gucken muss, gibt es Kompromisslinien, die es für alle erträglich machten. Genau diesen Weg zu gehen, im Ziel sind wir uns einig, im Bundesrat werden wir entsprechend abstimmen. Ich danke für die Initiative und freue mich, wenn wir beim Bundesrat mit einem breiten Votum in der Tat auch ein breites Signal aus diesem Lande senden können. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und erfolgreiche Debatte.